Ja, Mats, traurige Gesichter, eine 1 zu 4 Niederlage, die so nicht notwendig war, oder? Nein, es war auf jeden Fall extrem bitter, dass wir das Spiel heute noch wirklich aus der Hand gegeben haben und dann noch klar verloren haben. Und ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, weil wir vor der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, viele Chancen gehabt haben und die Leute dann nicht genutzt haben. Das ist jetzt eh müßig, aber war der vergebene Elfer-Schlüsselszene in dem Spiel? Ja, es war auf jeden Fall eine große Möglichkeit für uns, dass wir da in Führung gehen. Das hat uns sicher als Mannschaft sehr, sehr gut getan, aber ja, nur in einer Szene, das jetzt festzunageln, glaube ich, ist nicht richtig. Würdest du auch sagen, ihr habt vielleicht ein bisschen Lehrgeld auch gezahlt, weil jeder Fehler sofort bestraft worden ist? Ja, die haben das halt eiskalt ausgenutzt, sind im Umschaltspiel sehr, sehr gut, das haben wir gewusst. Da dürfen uns halt nicht so viele einfache Fehler dann passieren und ja, die haben das halt sehr, sehr gut gemacht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.